So, Leute, da bin ich wieder. Leider schade, dass ich das, ähm... Dass ich, ähm... Das nicht aufstellen kann, das, äh... Mikrofon gedötzt. Wer sagt, das ist ja so ein... Headset. Da kann man nichts abstellen. Also muss ich das irgendwie rausschneiden. Vielleicht ist das ja gut gewesen und... Das war genau... Ende. Ende einer Folge. Oder mittendrin. Und mein Kano liegt hier immer noch. Mein, meine, 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 meine Kano. Ha. Das ist ja nicht so hin und her wackeln. Ah, ist meins. Meins, 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 meins. Warte, warte, warte. Jo, 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 jo. Hm. Also der Adler ist wirklich gut, Leute. Der kann ordentlich was einstecken. Na, vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen auf Leben gehen. Wie kriege ich jetzt meinen Tiger hier weg? Wie machen wir das mit dieser Insel? Wie machen wir das? Wiese gesagt, durchs Meer kommt man nicht. Dunkel wird's jetzt auch. Aber ich will in die... Höhle. Bodenpersonal ist ja gut. Als immer fliegen. Hm. Gut. Eine Kiste. Warte mal. Eine Kiste, wahrscheinlich relativ weit unten. Wahrscheinlich schon vorbeigerollt. Da ist er. Wir brauchen Holz und dieses... ...gestruck. Und... Wir landen. Wir nehmen... Wir nehmen eine... ...Metall-Axt. Da kommt mehr Holz denn raus. Warum rennst du mir denn auch mitten in meine Axt? Du Vogel. Okay. Ich mach schnell das Holz, weil... Ich kann ja mit Leuchte... ...sammeln. Also das kommt noch. Hier seh ich noch... Da ist auf jeden Fall noch ein Baum. Ähm. Hallo? Ah. Keine Ahnung, was jetzt gesponnen hat. Was ist denn hier? Fackel. Vogel. Nicht in dem Baum. Danke, Vogel. Ja, und sowas kriegt ihr nicht mit. Wenn ich aufnehme, dann ist es organisiert. Ja. Oh, wie schiss. Vogel. Nicht in meinem Baum. Dann ist das alles organisiert. Das ist jetzt einfach... ...nicht organisiert. Kann alles passieren. Wollt ihr solche Action? Wollt ihr alles miterleben? Wollt ihr die Hälfte miterleben? Weil ich kann schon ne Kiste machen. Ich kann ne Kiste machen. Vogel! Hör auf, im Flug zu scheißen. Kommst du. Komm. Komm, komm, komm. Ne Kiste. Wir werden das easy machen. Easy peasy. Scheiße. Ich werde das niemals übergeben. Niemals. So viel... Robzeuge. Vogel? Ich hab's grad trampeln gehört. War das Einbildung? Schaffen. Und nochmal. Die Kiste. Die Kiste. Ja. Bleib schön, wir hocken. Die Kiste. Wahrscheinlich nicht recht. Huh. Was? Alter. Die Kiste. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen... Das brauchen wir. Wir lassen das hier. Wir lassen... Lagerfälle hier. Wir lassen... Das hier. Wir haben... Wir haben... So oder so... Bein und Bogen. Solche Feige. Diese Feige. Das lassen wir hier. Alter, die Schweine. Das lassen wir hier. Wir lassen... Steine... Das hier. Das hier. Äh. Ja. Das lassen wir noch hier. Das lassen wir hier. Das lassen wir... Oh, die Kiste ist voll, richtig? Ich wusste es. Wärts ich mir doch gleich einen Schrank bauen können. Hm. Zehnmal... Hab ich. Ich kann da nur noch eine Kiste machen. Das klappt schon mit der Höhle. Das klappt. So. Wir lassen... Das hier. Wir lassen das hier. Die Schleuder lassen wir hier. Scheiße. Wir lassen das hier. Dann müssen wir wieder mit den Dicken... Los. Und ein paar Bären holen. Anscheinend. Brauchen wir das ja jetzt. Das Zeug. Jetzt fallen meine Dinos um. Schuhe lasse ich hier. Das Lee... Äh. Da essen die das? Gefressen. Ich hab das... Ich hab die gefischt. Oh. Warte mal. Dass alles raus. Dass die Fleischfresser... Wenn sie die Kiste riechen oder so... Dass sie die Kiste auch auffressen. Ich weiß es aber nicht. Ich kann mich auch beruhen. Ich hoffe, dass ich mich beruhe. Na, die Steine... Komm raus. Das ist der mächtiger. Die Steine haben wir nicht mehr genug. Zu genügend. Leder. Pack ich mal die Hälfte rein. Und... Scheiß drauf hat so gut. Den Rest... Nehmen wir mit nach Hause. Und dann beamen wir uns hierher. Dann beamen wir uns hierher. Wenn wir uns hierher beamen, haben wir eine... Metall... Speeren... Kein Boden. Was... Wahrscheinlich zu wenig... Pfeile. Hm. Dann hab ich nämlich nicht den Vogel an der Backe. Dann können wir mit dem nämlich... Scheiß. Entschuldigung. Und so. Wasser haben wir hier genügt. Ah... Fleisch. Ja. Ach, auf zu fristen. Fleisch. Ah, komm schon. Klau ich den mal ein bisschen? Weil wenn wir dann hierher kommen... Total nervig. Wieso bist du denn da? Was? Ich wollte hier rein. Nein. Du hast hier aber nichts kaputt gebissen, oder? Nein. Hm. Das kommt weg und du passt schön auf mein Fleisch. Und du sitzt leveln. Denn auf jeden Fall... So. Falls sich jemand hier angreift. Ja. Ähm. So kommt man auch definitiv an dich ran, Fogel. Halt die Stallung. Dann packe ich mein Ferngleis weg. Meine besten Wasserpullen, die ja nicht hier laufen, leer werden. Sehr schön. Na komm. Wie kann ich denn hier rüberschwimmen? Wer ist denn schnell? Ich könnte mit meinen Skorpioni rüberhüppeln. Oder wenn da ein Hai anknabbert? Ich weiß ja nicht. Skorpione hüpfen übers Wasser. Das ist so lustig. Ich hatte nämlich mal einen Skorpion genommen. Und wollte denen den Haien schenken. Da hüppelt er einfach übers Wasser zurück an Land. Ich dachte, ich kieke nicht richtig. Ich würde dich töten. Ähm. Du machst ja gar nichts. Kriegst du überhaupt was mit? Du bist angegriffen. Du bist sowas von angegriffen. Schwung erledigt? Nicht abkacken hier. Viel, gleich. Mein Gott. Geh ich jetzt richtig in den Bauch hinein? Ha. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts von oben. Parken. 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 Aufladen. Ich brauche dringend was zu futtern. Irgendwas heißt dringend. Das geht noch, aber... Na ja. Er ist noch ein kleines Stückchen. Bis nach Hause. Und wenn der Alten hier kalt ist. Hm. Sollten wir zwei. Sonst gibt's rohes Fleisch. Hier. Leckeres Fleisch. Leckeres Fleisch. Geschissen. Oder war ich das? Ich hab grad nicht aufgepasst. Katze hat mich abgeguckt. Wieder mal. Guck mal, die Bäume sind oben blau. Hier war vorhin ein Kanu. Bevor ich aufgenommen habe. War hier ein Kanu. Fischi! Ähm. Und. Na ja. Das ist wie Monsterbacke. Nur niemals mit dem Level so hoch. Und ich hab auch das Gefühl, diese Viecher sind hier alle schwerer, äh, stärker geworden. Wie gesagt, deine, deine Viecher, die gehen jetzt K.O. Da muss man jetzt aufpassen, dass man die nicht bis zum Äußersten treibt. Mach ich doch gar nicht. Ich achte ja eigentlich immer drauf, aber ich hab's dann mal probiert, ob das auch so geht, wenn du die, bis auf, bis zum, bis dein, dein Balken da leer ist. Immer weiter. Und ob dann halt dieses Sternchen auftoppt. Und die Klopp hier dann schließt, als ich denn zu Hause war im Gehiege. Da hab ich ja rum ihre Hand geschlagen. Um mich. Das geht. Das. Das geht. Da liegt der Sternchen. Da sieht der Sternchen. Man sollte sich beeilen, bevor sie hier noch auf, äh, weiß ich nicht, was hier noch alles so kommt. Ah, äh, der Sieg ist, du hast geschissen. Ach, heute ist es richtig schwierig, das hier überhaupt ein Tier zu sehen oder so. Komm. Oh, mein Gott, stell dich doch nicht. Hier ist voll viel Platz frei. Ey, ich drück nur auf den Knopf. Hm. Damit landen hast du es nicht so. Ich würde gerne meine Karte, äh, meine Karte. Meine Karte auf meiner Karte sehen. Hm, hm. Ich würde gerne mein Bett auf meiner Karte sehen. Das wäre mal hübsch. Ja, das wäre mal richtig hübsch. Ich würde gerne mal in der Karte sehen. Ich würde gerne mal in der Karte sehen. Seht ihr... Ameisen? Bevor die mich sehen und ich die dann nach außen schleppe, bevor ich sie nicht gesehen habe? Eigentlich tauchen die doch hier immer auf, wenn ich mich von zu außen entferne. Was ist denn alles? Jetzt bringen die mir wieder mein ganzes Gehege durcheinander. Und Kloppy kommt mir jetzt auch schwach vor. Kloppy fand ich mal am stärksten. Jetzt finde ich Kloppy so schwach. Ich könnte ja Kloppy im Schlepptor mitnehmen. Aber wie gesagt, ich will kein Vogel mitnehmen. So, hast du noch irgendwas Interessantes? Leder. Sehr schön, du brauchst... Nicht voll... nein, 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 nein! Alter! Nun bleib stehen! Weißt du, dass der Vogel hier... ...vor den Weg steht? So, ja. Tuffgeschiss. Ich weiß. Wie immer. Boah, fünfmal gleich nochmal. Hm. Gut. Unsere Kiste. Ah, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Leder kann nicht weg. Ach, Leute. Äh, ich hab Scheiße gebaut. Ja, genau solche Scheiße. Wir haben jetzt... Äh. Gar keine Fackel dort, ne? Kann das sein? Wo hab ich denn die Füßchen immer reingepackt? Hier war, ne? Die Füßchen. Die Füßchen. Und Strom, wie ihr sagt... Ich weiß nicht, die Füßchen... Warum was denn? Warum was denn? Warum was denn? Warum was denn? Ne, ne, gut. Und? Dann hab ich noch was anderes gesehen. Hier. Wahrscheinlich den denn, ne? Hm. Und wahrscheinlich viel Tauchung. Viel Öl. So. Also. Wir wollen... Ich hab echt ne Fackeln. Hier hab ich genügend Fackeln drinne. Schön. Hm. Schnauze. Vogel, du... Du hast dich unmöglich hier gepackt. Unmöglich. Unmöglich bist du. Hier. Lebe. Lebe länger. So. Holz kommt hier rein. Flasche kommt hier rein. Das kommt da rein. Hm. Der Buch kommt da rein. Das kommt da rein. Es kommt alles hier rein. Außer das Fleisch. Das packe ich jetzt hier rein. Das packe ich jetzt hier rein. Damit es nicht schlecht werden kann. Du hast geschisst, Vogel. Alter. Äh. Unmöglich. Der Vogel. So. Dann gucken wir mal, wie das, ähm... Funktioniert. Bisschen tiefer. Ja, hier hab ich schön zugebaut. Ich will mich hier zubauen. Falls denn... Oh. Weiß ich nicht. Andere Flugdienste kommen, die angreifen. Ich hab hier offenes Verdeck. Nein. So. Ähm. Sind wir nackig? Sind wir komplett nackig? Wir sind komplett nackig. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist auch mein erstes Mal. Ja. Inselbett. Inselbett. Oh mein Gott. Alles klar. Jetzt... Nein. 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 Scheiße. Leute. Ich hab vergessen, mich nackig zu machen. Warte mal. Ich kann erst nur 5 Minuten... Verdammt. Verdammte Axt. Ähm. Ähm. Wir brauchen... Verteidigung. Wir brauchen... Feuer könnte man doch eigentlich auch hier hinstellen. Schau mal. Ein Feuerschirm? Ja, mit dem Stein. Schön, dass wir... ...Holz haben. Das mach ich mit der Metall-Axt. So. Pikse haben wir. Wir haben keine... So. Warte mal. Das ist ja sehr lustig. Kriegt nicht mein Tiger zu fressen? Hier. Jippie. Das passt doch. Ach. Scheiße. Achso. Ähm. Fackel. Braucht... Stein. Einmal Flint. Dann füllen wir uns gleich mal mit. Und dann werde ich... ...diese Seite... ...kaputt machen. Alter. Du kriegst... Genau. Das da. Und jetzt, ne? Folgst du? Neutral. 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 Boah. Neutral. Dann werden wir mal einen Tiger reiten. Hey. Ähm. Warte mal. Hat die gute einen Sonnenbrand? Keine Ahnung. Bei der Einstellung, wie man die einstellen konnte, hat man eh kaum... Also nichts gesehen. Obenfarbenmäßig. Holz. Holz. Holz! Jetzt habe ich keine Hacker, wa? Man geht ja immer mit der Helfmusse. Mit der Helfmusse. Mit der Helf... Äh, ich mit der Helfmusse. Und wir nehmen... ...das da. Was da? Das da? Genau. Das darf man machen. Und jetzt Tiger auf der anderen Seite sind, haben wir Arschkarte. Könnt ihr eigentlich ein Bett kaputt machen? Ja, ne? Wow. Ein Metall. Hier. Ich bin... Zwei Metall. Ich bin begeistert. Oh, geht kaputt. Ich will an den Baum. Ja, ich möchte nur an den. Den anderen will ich nicht haben, den ich gesehen habe. Wieso will ich ein Holz? Fürs Lagerfeuer. Ähm... Gewicht. Naja. Schläger. Hm. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber immerhin... Schon mal ein. Alter! Ich bin die Nase aus dem Baum. Wuh! Wuh! Immerhin einen Spiegelpferden haben wir hier. Aber leider nur... Könnte auch... Ich bin schon ja... Könnte hochleveln. Wie? Kriegt mein Tiger schon Sternschirm? Dann kriegt mein Tiger Sternschirm. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt zurückgehe? Zurückspaarne? Wie hat mein Tiger mir dann hinterhergerannt? Ich könnte wieder zurück. Ob meine Klamotten da noch liegen? Da sind sie weg. Scheiß auf die Klamotten. Machen wir neue. Wir gehen jetzt auf jeden Fall... Ein paar Viecher töten. Und das ist nicht ohne. Dazu werden wir hier alles schön reinpacken. Alles kostbar. Alles kostbar. So Tiger. Ach ja. Ich bin ja auch ein Volldeck. Ähm... Ein davon. Ein davon. Ach komm schon. Machen wir so. Und... Und... Noch ein. Und... Doch. Nein. Nein! Hallo? Musik. So. Zwei Pfarrer. Eine für hier. Mal zu sterben. Und eine Pfarrerin unterwegs. Für die Dunkelheit. Mein Tiger. Ja. Muss alles wohl durchdacht sein. Na komm schon. Skorpione. Für die Skorpione. Ey, lass doch das Fleisch nicht schlecht werden, du Eimer. Okay. Mit wem legen wir uns denn an? Ja. Piranha, oder? Ein Raptor da hinten, ein Adler dort. Ich geh mal außen lang, also immer schön am Strand entlang. Ha. Ha, 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 ha. Ah, ich soll uns schon sterben. Sterben. Da ist ein Kanu. Er gegen Kanu ist... Oh Gott. Ich habe ein Skorpion angekrabbelt. Doch nicht. Ach man, das ist... Kann es doch nicht sein. Ich müsste vor der Höhle so eine Mauer machen. Das Skorpion hat mich doch auch nicht gesehen, oder? So eine Mauer machen, ja. Dass ich da immer landen kann mit dem Vogel. Scheiß auf das, was hier rumkriecht. Na gut, fliegt. Fliegen wird lustig. Ich will mich nicht mit dem Kanu anlegen. Und ans Wasserrennen ist auch Schuss. Und dann warten die Haie auf einen. Hm. Hm. In Färnglas habe ich jetzt auch nicht zum Kriegen. Oh, ist doch alles schlimm hier. Ja, ist er auf mir jetzt, oder? Oh. Er hat zwei getötet. Der hängt mit der Nase. Nee, hängst du gar nicht. Gut. Sonst hängt er mit der Nase unter Wasser und hat keine Rücken. Ich will den Tiger mit nach Hause nehmen. Will ich. Gibt's hier vielleicht... Kann man hier... Nee, das ist eine Insel. Das ist eine beschissene Insel. Ja. Schade, dass der Adler sich nicht mitnehmen kann. Na gut, Leute. Verdammt. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ich brauche mehr... ...mehr Freunde hier. Mehr Bodenpersonal. Monsterbuffe wäre klasse. Würde die eine wegmähen hier. Aber nur die eine... ...eine kleine Pupstige... Warte mal. Kamera. Was mache ich nun? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir überlegen. Das kommt dann irgendwann just voran. Oder ich verdiene den Tiger. Wollen wir den Tiger verdienen? Oder ich nehme meine Adler mit. Genau, die zwei Adler mitnehmen. Den Tiger an der Backe. Ich greife mit... Greife ich mit... Nee, ich greife mit Ad... Na. Das müsste doch gehen. Und jeder hat dann... ...Gepäck drinnen. So eine Tür, eine Mauer. Und... Und dann könnten wir da hinten... ...zumachen. Weil ich muss ja erstmal in die Höhle selbst rein. Und die absichern. Nicht, dass dann da gleich dahinter das nächste Vieh lauert. So. Die sparte ich... Ich mach dich mal lieb auf Passiv. Passiv. Ja. Das ist doch mal was. Zwei Adler. Schade, dass der andere Adler dann nicht noch... Ähm... Na. Dings nehmen kann. Noch ein Raptor. Was brauchen wir denn? Fussel? Waren das jetzt fünfe? Ne, siehne. Scheiß drauf. Und zwei Holz. Das packen wir wieder rein. Und dann sperren wir unseren Tier hier ein. Und dann sperren wir unseren Tier hier ein. So. Oh. Mhm. Obwohl ich den gerne zu Hause haben möchte. Was hab ich denn noch? Die Fackel hab ich. Ich müsste... Wie gesagt, an die Klamotten hab ich nicht gedacht. Verdammt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut. Ach. Home. Wie? Ich hab doch da nur ein Bett. Ich hab doch da nur ein Bett. Hä? Ich hab doch nur ein Bett da. Hm. Nein. Zwei Betten. Gut. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann nehmen wir die Adler mit. Zur Insel. Wann haben wir denn über... Mann. No. Du bist so buggy hier drin. Oh, Scheiße. Da haben wir Holz. Haben wir Holz. Holz haben wir. Aber Holz geht nach einer Weile kaputt. Hier war das oben. Wo war das? Leute. Wo waren die Stellen, wo es kaputt war hier? Ah. Ich weiß wo. Ich weiß wo. Was natürlich sehr schlecht ist. Ich musste es hier ändern in Stein. Nein. Genau. Genau. Na, wie schießt. Das war hier. Wegen der Haie. Guck mal. Keine 10.000 mehr. Oh, nee mehr. Hier, oh, nee mehr. Alter. Hier, oh, nee mehr. Hey, irgendwann brechen sie durch. Hier ist noch. Da auch nicht. Auch nicht. Da ist gut, da ist gut. Da ist noch angeschlagen. Ey. Ja. Oh mein Gott. Ja, das müsste sich auch so früh wie möglich ändern. Ich glaube Stein ist... Stein ist doch eigentlich gut, oder? Da haben wir doch Stein. Ich glaube mit der bloßen Hand. Ähm. Bringt das nicht viel. Dann mache ich jetzt eine Aufnahme-Präschen. Das ist wieder über eine Stunde Spiele-Spaß gewesen. Ah, ich will die Höhle. Oder will jemand die andere Höhle? Und sterben da eine Runde. Einen Helden tot. Das wäre doch was. Gut, dann sehen wir. Ey. Schnauze. Ist das laut. Was wollte ich denn? Ich wollte noch... Achso. Ach nee, doch. Doch, doch, doch. Wollte ich doch gucken. Ich glaube, ich gehe dann mal wieder auf Ameisenjagd. Juh, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.